Man verliert halt mehr Essen. Wo bist denn du? Ach da hinten? Ja warte, ich muss das erst alles wieder mit Wolle zu bauen, das mach ich gleich mal, ich hab ja welche dabei. Da Felix zu dem Kompetent ist wirklich Kisten auszuräumen. Dann lass uns mal miteinander schlafen. Ja ok, warte. Felix kann ja nicht wirklich Kisten ausräumen. Das ist ja zu blöd, da fürchte ich nämlich meine ganze Kisten sind nur noch voll. Also ich hab mich schon mal reingelegt. Zumindest meine Wollenkisten, da ist noch so viel Wolle drin. Ja, reicht wenn du drin liegst. Also Felix stell dir mal willkommen zurück in die alte Welt, weißt du wie wir uns da hochrüsten können? Achso, ihr wollt, dass du Mensch mehr brauchst? Der Angriff steht da vorne. Äh, also ich seh? Doch, man kommt da raus. Ja, Marc war doch auch schon dort, er hat sich doch entdeckt, die flache Welt. Naja. Naja, immer entsteht mein kranker Kram noch. Du kannst wieder aufstehen. Warum? Warum so überreagiert? Ich hab nur berechtigt gehandelt. Ich halte euch einfach nur fern von mir. Und das ist das beste was ich machen kann, oder? Und das ist mein Problem, wenn du dich... Wenn ihr wollt, Felix ist... Was? Du willst OP-Rechte, willst du dich verarschen? Felix? Nein, ich mein Essen. Äh, nö. Das habt ihr euch alles selbst zuzuschreiben. Ihr könnt nur, ihr könnt nur von Glück reden, dass ich noch ein Backup gemacht hab vorher. Ja, aber selbst sobald wir dann wieder zurück sind, wird der Hammerschlag umso härter, ne? Naja, wie gesagt, ich hab nur ein Backup, wir können uns gerne nochmal umentscheiden und alles von vorne aufbauen. Also ein Backup von heute. Äh, bevor wir angefangen haben. Nö, nö. Gut. War ein Angebot. War nur ein Angebot. Ach, langweilig. Also, Sepp, äh... Spawn ich jetzt in Backup? Ich wär dafür, dass wir nicht vor... Und dass, was heute passiert ist, rückgängig machen. Sind sie selber dran schuld, dass jetzt ihr Zeug weg ist. Wenn Marcel anfangen wollte mit kleinen Krieg, äh, geht die Scheiße, dann ist er selber schuld. Ja, aber... Wenn wir, wenn wir von, äh, letzten Standbeginn hätten wir unser... Äh, wär alles normal und wir könnten Normalwende machen. So wie's vorher war. Ach, ich wär dafür, wir lassen das so. Ja, eben. Nein, ich wär für Sepp. Weil, weil ich die Reaktion von Dings sehen will. Ich wär für Sepp. Weil sonst wird das jetzt hier weiter geändert. Wenn wir ihn verklickern, dass, äh, Felix und Marcel sein Haus gekürt haben. Ja, aber überleg mal, wenn wir jetzt so weitermachen, wie jetzt, würden die irgendwo hingehen, sich neu aufbauen und da würden sie sagen, man komm, uns nochmal zerstören. Und das bringt uns das. Der fang mal wieder von vorne an. Ich hab die Koordinaten von eurem Haus. Ja, siehste, das macht keinen Sinn. Da fangen wir wieder von ganz vorne an. Ja gut, dann machen wir Backup auf jeden Fall, ja. Also das Backup ist noch da. Wir können sie gerne nochmal setzen. Da ist der Wald nicht da, da ist das Ganze, was man heute vor seinem Marcel Kleinkinderkrieg noch hatte, nicht da. Ja, was sollen die Zuschauer sagen, ne? Ja, fff. Ja, eben. Also, wer ist alles für Backup? Ich. Ich. Es sind drei. Ich. Ach man, drei gegen zwei. Mark ist bestimmt auch dafür. Ja, Mark ist sowieso dafür, dass er... Ja. Und vor allem, den kriegt der dann nichts mit. Hm. Na doch, der wird das Ding sehen. Na ja, der schaut ja dann Folgen hier. Marcel, kannst du noch rennen? Nee. Stell dir mal vor, der, äh, sieht das da. Da macht das ja auch nix, dass ich mal selbst Erntemaschinen eben noch zerstört hatte. Nein. Ach toll. Ja gut, okay, ist eh egal. Jawoll! Der hat doch zerstört. Also, ich hab ja noch meine eigene Erntemaschine und ich hab noch jeder Menge zeugt. Deswegen, ich hätte da auch alle ausrüsten können. Scheiße. Damit hast du mir einen Gefallengenager. Warum? Woll ich so oder so zerstören. Hm. Ähm, Leute, ich werd für heute erst mal verabschieden. Ich glaube, wir machen ein anderes Mal schlussisch. Boah, es war halb elf. Alter. Was? Ja. Okay, lol. Also, beenden wir die Aufnahme in drei, zwei, eins. Ne, Moment. Ich hab noch was vor. Oh mein Gott, Felix, lock dich lieber aus, wenn er uns teleportiert. Wir lassen uns nicht demütigen, okay? Wir haben nichts getan, was wir nicht tun dürfen. Wir haben die Dinge benutzt, die uns Minecraft bietet. TNT, platzieren, Feuerzeug. Lass dich nicht demütigen! Ach, verdammt. Letzten Moment hat es sich noch ausgelockt. Ich hab schon zu mir teleportiert, ich hab schon gesehen. Na gut, okay, wir werden das Backup reinhauen von vorher. Und dann werden wir den ganzen Quatsch halt nochmal bauen. Nein, dann kannst du doch verschwinden. Und du, Aga, mach jetzt mal schnell einen Surfer an. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.